Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu unserem Bildungskongress am 1. Dezember in Würzburg. Dieser Bildungskongress ist der Höhepunkt unserer Kongressreihe zu Zukunftsthemen. Und hier geht es darum, dass wir zeigen wollen, Bildung kann mehr, Bayern kann mehr in Sachen Bildung. Wir wollen alle Potenziale aller Kinder im ganzen Land heben. Und wir wollen in diesem Bildungskongress mit spannenden Gästen spannende Diskussionen führen. Wir freuen uns auf die grüne Kultusministerin Silvia Löhrmann. Wir freuen uns auf Reinhard Kahl. Wir freuen uns auf den Hirnforscher Michael Fritz. Und wir freuen uns auf euch und eure lebendige Teilnahme, euren Input, eure Diskussionen. Bildung ist das zentrale Thema für die Landespolitik, für die Zukunft. Und wir freuen uns auf einen Aufbruch in Sachen Bildungspolitik. Bildung ist das zentrale Thema. Bildung ist das zentrale Thema.